So, wir gehen rein in das Video von Celtics, und zwar jede 5 Sterne Reise super billig bekommen, Travel Lifehacks, ich glaube, ich weiß instant wie, aber ich lasse es jetzt einfach mal so stehen und bzw. ich sag's, sonst denkt jeder hier, ich weiß nicht, nur damit ich's gesagt hab, ich glaub, mit Meilen bzw. mit dem Punktesystem von einer Credit Card. So, gehen wir rein. Das ist dann gut, aber ohne jedes Mal ein Vermögen auszugeben. Wenn euch diese Fragen interessieren, bleibt unbedingt dran. Ja, wir interessieren uns. Falls ihr meine Videos findet, abonniert gerne meinen Kanal, wir wollen jedes Jahr noch die halbe Million Abonnenten knacken. Herzlich Willkommen zum ultimativen Travel Guide slash Travel Hack Video. Ich werde alle meine Erfahrungen in diesem Video zusammenfassen, danach müsst ihr euch kein einziges Video dazu mehr anschauen. Gerade für die jüngeren Leute, unter euch sollte es sehr interessant sein, denn wenn man Schüler slash Student ist, hat man natürlich ein bisschen loweres Brisee, aber man will ja trotzdem reisen können. Das ist mein erstes Video in diesem Jahr und wir müssen natürlich zurück in den Algorithmus kommen, deswegen liked das Video, schaut es bis zum Ende dran, kommentiert für den Algorithmus, ihr wisst Bescheid. Das würde mich sehr supporten, wäre nichts Großes für euch. Bevor wir so richtig starten, ein kleiner großer Disclaimer. Reisen ist toll, Reisen macht Spaß, jeder will gerne reisen, aber euch sollte auf jeden Fall bewusst sein, dass Reisen sehr umweltschädlich ist. Vor allem, wenn man halt eben fliegt. Und es geht halt in diesem Video sehr viel um das Thema Fliegen, deswegen dieser Disclaimer, ich reise zwar selbst viel, aber man sollte trotzdem darauf achten, dass man es nicht zu sehr... Das Ding ist, es gibt ja halt Leute, die das so fucking überspannen, die sogar innerhalb von Deutschland liegen. Ich sag euch ehrlich, da nimmt lieber ein bisschen mehr Geld in die Hand, auch wenn man, sag ich mal jetzt, so wird es von Berlin nach München. Es gibt viele Leute, die da fliegen, weil da die Flüge manchmal echt für so wenig Geld rausgeschossen werden. Vor allem für diese Einzelplätze, halt last minute. Unge. Da holt euch lieber ein bisschen früher einen Zug und investiert die Zeit, das ist... Ja, und das Geld. Ich sag euch, das wird viel, viel mehr bringen. Weil so Inlandsflüge sind meiner Meinung nach komplett... 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 Gegen Klima alles. Die ergeben für mich wenig Sinn, muss ich sagen. ... sehr übertreibt. Je länger die Reiseroute ist, desto eigentlich besser. Von Deutschland nach Asien kannst du nicht mit dem Auto fahren, das geht einfach nicht, es ist unvermeidbar. Dementsprechend bitte nicht Inland fliegen, das ist wirklich komplette Katastrophe. Und sonst, wenn man vor allem innerhalb von Europa unterwegs ist, kann man zum Beispiel Interrail benutzen oder Nachtzüge. Habe ich ja schon vor oft in meinen Videos getestet. Gute Alternative, zwar ein bisschen teuer, aber umweltfreundlicher. Kommen wir auch schon zum ersten Punkt, Flüge. Ihr wisst ja, dass ich für meine Videos sehr oft im Ausland bin. Und um jede Woche ein Video für euch hochladen zu können, muss ich auch während meiner Reisen arbeiten. Da ich hauptsächlich die Videos schneiden muss, brauche ich dafür auch einen leistungsstarken Laptop, der gut mit meinen Adobe-Programmen umgehen kann. Ah, Timic. In diesem Video habe ich einen MSI Creator Z17 Laptop dabei, welcher eben perfekt für meine Zwecke geeignet ist. Wo kann ich generell günstige Flüge finden? Und wenn ich schon eine Destination habe, wie finde ich dafür einen günstigen Flüge? Das erste, was ihr im Allgemeinen eigentlich tun solltet, ist, Cookies zu klirren oder in den Inkognito-Modus zu gehen. Das geht ganz einfach. So, ihr seht hier, ich bin gerade bei Google Chrome. Ich drücke einfach STRG, SHIFT und N und schon öffnet sich das Inkognito-Modus. Könnt ihr auch oben auf die drei Punkte und dann Inkognito-Modus klicken. Und ein Inkognito-Fenster öffnen. Ihr meint, dieses Scheiß seid Healer ohne Witz. Jetzt seid ihr sozusagen ein bisschen undercover unterwegs. Denn ihr solltet auf jeden Fall wissen, dass viele Unternehmen eure Cookies checken. Ihr kennt es bestimmt, ihr sucht auf Amazon nach irgendwelchen Sachen, keine Ahnung, Kopfhörer. Und dann kriegt ihr lauter Kopfhörer-Werbung auf Instagram oder Google-Ads und sowas. Das sind halt eben Cookies. Das machen die Airlines halt eben genauso. Wenn die checken, so hey, ihr sucht vermehrt nach Flügen, dann merken die sich das. Und beim nächsten Mal, wenn ihr dann nach einem Flug sucht, machen die automatisch die Preise höher, damit man sozusagen ein bisschen Druck bekommt. Das sind ganz einfach Zwischusspielchen von den Airlines. Deswegen löscht eure Cookies, damit ihr keinen Verlauf mehr habt. Oder geht halt eben in den Inkognito-Modus, damit der Preis nicht unnötig höher wird. Ansonsten kann man auf jeden Fall auch VPNs nutzen. Keine Sorge, an der Stelle kein Placement. Was bringt das Ganze, wenn die Plattform zum Beispiel sieht, hey, ihr bucht von, keine Ahnung, Indien oder Vietnam oder Thailand aus. Dann kann es sein, dass Flüge dort günstiger sind. Weil die halt wissen, so hey, in Vietnam oder Thailand verdient man halt weniger. Deswegen passt man sich da an den Preisen an. Wir in Deutschland sind ja im Allgemeinen recht wohlhabend. Deswegen ist es auf jeden Fall gut, mal eine VPN zu benutzen und das mal abzuchecken, ob man da wirklich günstigere Flüge bekommt. Wie sucht man aber jetzt am besten seine Flüge raus? Ich habe da auf jeden Fall immer meine Taktiken. Und zwar benutze ich immer Google Flights und gängigen Plattformen von mir. Es gibt bei beiden Plattformen wirklich... Google Flights ist ganz geil, muss ich sagen. Aber bei Google Flights habe ich immer so die Befürchtung, was ist, wenn bei Google Flights, keine Ahnung, werden da Werbeanzeigen und sowas früher, also beziehungsweise besser geratet oder nicht? Und das ist halt... Das ist sowas, was mich an dem Ganzen noch so ein bisschen triggert, muss ich sagen. Weil... Wie weit kannst du davon ausgehen, dass da sich nicht eingekauft wurde in deine Ergebnisse? Nicht saunützliche Tools. Okay, sagen wir mal, ich will im April irgendwo hin verreisen. So, ich weiß aber noch nicht, wohin, aber ich kann schon mal meinen Flughafen angeben. Der nächste ist in Köln. Aber ich kann auch Düsseldorf eingeben, weil es relativ nah an Köln ist. Oder ich könnte auch aus Dortmund fliegen. Jetzt haben wir schon mal die Option, dass wir drei verschiedene Flughäfen hier haben und suchen können. So, wir können hier einstellen, nur Non-Stop-Flüge, damit das ein bisschen bequemer ist. Und, ihr seht hier schon, man kann sehen, wo man halt überall hinfliegen kann, für welchen Preis. Und das ist halt eine richtig, richtig geile Übersicht. Man kann am 3. April für 21 Euro zum Beispiel nach London fliegen von Köln aus. So, und schon hat man einen 21-Euro-Flug gefunden, so. Mit dieser Option kannst du halt einfach sehen, was halt an diesem Tag alles möglich ist. Und dann kann man halt dementsprechend auch seine Reiseziele auswählen. Sky Scanner benutze ich eigentlich immer, wenn ich schon ein Reiseziel habe. Von Frankfurt nach Bangkok im Oktober 2023. Hier nur Direktflüge und schon hat man hier eine richtig geile Übersicht. Das kennen die meisten nicht. Viele Leute tippen halt ein direktes Datum ein. Aber wenn man hier so ein bisschen Spielraum hat, dann kann man hier schon voll gut planen. Die günstigsten Flüge sind am 3. Sky Scanner habe ich auch benutzt. Also schon öfter benutzt, wenn es so um Flüge geht. Das ist schon ganz geil, muss ich sagen. Vor allem kannst du da auch direkt, wie man auch rechts schon sieht, direkt Mietwagen und sowas dazu bestellen. Finde ich ganz geil. Am 3. oder 4., 10., 11., also Dienstag, Mittwoch, sind hier die günstigsten Flüge immer im Oktober. Und das ist halt zum Beispiel wesentlich günstiger, als zum Beispiel für einen Flug am 6. oder 7. auszugeben. Obviously. Man kann ja auch switchen. Im September sind Flüge deutlich günstiger. Und das ist halt einfach eine richtig geile Übersicht und spart halt sehr viel Zeit und Geld. Ein weiterer Tipp zu Flügen ist auf jeden Fall, Zwischenstops zu buchen. Direktflüge sind zwar wesentlich entspannter, aber Zwischenstops müssen nichts Schlechtes sein. Sondern können auch ganz vorteilhaft sein, denn es gibt auch Zwischenstops von 8 Stunden oder einen Tag sogar. Und dann könnt ihr somit theoretisch ein weiteres Land kurz preisen und abchecken. Und ist halt einfach günstiger. Bei Direktflüge Frankfurt-Bangkok kostet es hier am 2. 457 Euro. Mit einem Zwischenstopp 304 Euro. Für 304 Euro nach Bangkok, das ist halt gar nichts. Da macht man halt einen kurzen Zwischenstopp in Dubai oder in Istanbul ist das meistens auch. Dann hat man sozusagen halt einfach einen Tag mehr für ein anderes Land, was halt auch cool sein kann. Und günstiger, wer es an der Stelle komplett günstig, günstig haben möchte, der kann auch Ryanair gehen und hier auch Anywhere. Das ist so... Ryanair ist halt wirklich so billig. Das sind wirklich die billigsten Flüge ever. Aber Ryanair fliegt nicht überall hin. Das muss euch dann aber auch klar sein. Aber 10 Euro für einen Flug hier, nur Hinflug, wenn ich jetzt da unten Malta sehe, von weiß ich, da ist die Camphor. Das ist halt nichts, ne? Was soll man dazu sagen? Eingeben, dann sieht man hier von Karlsruhe nach Girona. Karlsruhe nach Malta, 9,99 Euro. Okay. 31. für 10 Euro. Also das sind wirklich die billigsten Billigflüge. Komfort dabei ist natürlich komplett shit. Da geht es wirklich nur darum, von A nach B zu kommen. Hier auch auf jeden Fall eine Option, wie ihr günstig an Flüge kommen könnt. Auch sehr wichtig, wo finde ich eine gute Unterkunft? Ich habe es euch eigentlich schon sehr oft in meinen Videos gezeigt. Ich benutze persönlich immer Booking.com einfach. Erstens, weil es dort die meisten Möglichkeiten gibt. Zweitens, es gibt unnormal viele Filter. Drittens, es gibt eine Cashback-Funktion. Booking.com ist einfach the way to go für mich. Ihr seht hier links schon, was man hier alles filtern kann. Hier das Budget. Ob es am Strand sein soll. Wie viele Sterne. Ob es All-Inclusive gibt. Selbstverpflegung. Falls ihr Gym Red seid, natürlich auch Fitnesscenter. Gym Red? Was ist denn Gym Red? Ach, okay. Lass nicht drüber reden. Das heißt Gym Reddy. Wenn ihr zum Beispiel wisst, dass ihr den ganzen Tag unterwegs seid. Und theoretisch das Hotel oder das Hostel nur zum Schlafen gehen benutzt. Dann würde ich hier auf Preis Niedrigster gehen. Hier ein günstiges Hostel raussuchen. Guck mal, Cosa Mui. 8 Euro. Die Nacht kostet zum Beispiel 8 Euro, 8 Euro, 13 Euro. Hier gibt es sogar Standard-Doppel- und Zweibetzimmer für 15 Euro die Nacht. Also das ist wirklich gar nichts. Super wichtig ist einfach nur, dass ihr euch die Bewertungen angucken sollt. Auf Booking und auf Google auch. Weil ich habe schon sehr oft mitbekommen, und das ist mir auch selbst mal passiert, dass das Hotel gar nicht existiert. Obwohl es auf Booking ist. Also keine Ahnung, wie das passieren kann. Lieber nochmal researchen, bevor ihr da irgendwie in der Cosa Mui ankommt. Und das Hotel existiert gar nicht. Auch eine Top-Kategorie. Am besten der ersten und niedrigsten Preis. Hier seht ihr 10 Punkte überall. Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Falls ihr wirklich gar nichts auf Booking findet, dann könnt ihr natürlich auch auf Airbnb schauen. Da gibt es auch super nice Ferienwohnungen und Einzelzimmer und sowas für günstige Preise. Damit habe ich eigentlich auch bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Und falls ihr Special mögt, es gibt auch echt viele ungewöhnliche Airbnbs. Philipp länd mal hier ein paar Bilder ein von so ungewöhnlichen Airbnbs. Wir waren zum Beispiel auch mal in so einem Bubble-Hotel in Deutschland und das war auf jeden Fall super cool. Die Hosts sind an sich immer super nett und es gibt kaum Probleme. Also bei mir jedenfalls. Ey, ich fahre Airbnbs wie so geisteskrank. Vor allem, du kannst einfach ganze Ferienhäuser für echt wenig Geld buchen und das ist halt super geil. Falls ihr wirklich super super faul seid und gar keinen Bock habt, einzelne Flüge, Unterkünfte rauszusuchen, dann kann ich euch auf jeden Fall Urlaubspiraten empfehlen. Auf dieser Seite findet man günstige Pauschalreisen. Ich habe die Seite selbst vor ein paar Jahren öfter benutzt. Ich habe damals in Dubai mit Urlaubspiraten und in Norwegen und es waren beide Male echt günstig, weil es hier irgendwelche Leute gibt, die halt günstige Pauschalreisen für uns suchen. Was super cool ist, hier zum Beispiel 5 Sterne Rollen Klusiv für knapp 300 Euro in Tunesien. Hier sind auch so voll viele Lowkey-Tipps dabei, also an Tunesien denkt man ja nicht, wenn man an Urlaub denkt, aber das ist ja gerade das Coole. Es muss nicht immer Kroatien oder Italien sein. Viel cooler finde ich das, wenn man zu so geheim... Ich fühle mich gefrontet, weil ich nach Kroatien will. ...ein Tipps fliegt oder fährt. Sorry, dass ihr auch seine Fresse nicht seht, by the way. All inclusive auch noch. Und 5 Sterne Alter. Die Seite ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Ist hier nicht gesponsert, ich habe die Seite wirklich benutzt. Man kann wirklich, wirklich günstige Urlaube damit finden. Während meiner Reisen arbeite ich eigentlich meistens vom Hotel aus, einfach weil es am entspanntesten ist. Das Gute an den neuen Nvidia Studio Notebooks ist, dass man die auch überall ohne Probleme mitnehmen kann. Er ist wirklich leicht und das Design ist auch sehr clean. Früher waren das ja so richtig dicke Klopper, die 5 Kilogramm gewogen haben. Aber mittlerweile hat man die Leistung einer ganzen Workstation kompakt und leicht mit dabei. Generell gibt es auch schnelleres Rendering durch GPU-Unterstützung, was halt eben sehr viel Zeit spart und die brauchen wir... Dinger, vor allem, was ich... Oh, da sind 3080 Ti drin. Holy shit. Ja, das Notebook würde wahrscheinlich 10k kosten, so wie ich, wenn ich die Stats lese. Ähm, was ich aber das Allerwichtigste finde, was da jetzt zum Beispiel gar nicht drin steht, der Akku. Akku bei Notebooks ist für mich meiner Meinung nach mit das Wichtigste. Natürlich. Wir schneiden will ich in der GeForce Experience Software den Studiotreiber hier aus. Hier setzt das System absolutes Fokus auf Stabilität, damit im Schnitt nicht mittendrin mein Programm abbricht. Und voila, schon kann ich unterwegs genauso gut arbeiten wie zu Hause. Wenn es um irgendwelche Aktivitäten geht, sei es gutes, günstiges Essen, Cafés, coole Hotspots, irgendwelche Sachen, die man auf jeden Fall gemacht haben muss. Da sollte man sich eigentlich immer an Locals wenden. Locals ist der Key to Success. Einheimische verbringen ihr Leben lang hier und wissen, was gut ist und was schlecht. Zum Beispiel wurde mir von Locals dieser kleine Süßeladen von dieser Oma empfohlen. Und es war legit das beste Essen, was ich jemals in Korea gegessen habe. Wir haben Reiskuchen richtig nach. Und ich habe wirklich viel gegessen in Korea. Es war zwar nicht so schickimicki-tourimäßig, aber lecker und vor allem günstiger. Also Leute, habt keine Scheu. Versucht irgendwie an Locals ranzukommen. Holt euch Tinder. Fragt dort nach Tipps. Schreibt irgendwelche... Holt euch Tinder? Chillig. Machen wir mal ein bisschen Tinder. Ey. Was? Hier. Ich gehe mal Tinder Kroatien. Und frage einfach mal so, ey. Wo kann man denn geil essen gehen? Ich habe gar keinen Bock, dich kennenzulernen. Ich will einfach nur wissen, wo man bei dir gut essen gehen kann. Die Leute auf Instagram machen, so können auch die Freundschaften entstehen. Plus ihr habt einfach eine nice Reise. Falls man keinen Kaffeepartner hat und einem langweilig ist, dann kann man auch ganz easy diesen Laptop hier für Zwecke wie Gaming benutzen. Nvidia Grafikchips sind natürlich auch immer gut für anspruchsvolle Spiele. Und auch auf den Studio Notebooks kann man die sogenannten Game Ready Treiber verwenden. Worin man mit wenigen Klicks seine Spieleeinstellungen perfekt optimieren kann und immer die aktuellen Grafikpatches für die neuesten Spiele bekommt. Ein weiterer Geheimsipp von mir ist, klingt echt blöd, aber TikTok. Auf TikTok findet man wirklich, wirklich gute Sachen. Gebt einfach die Stadt ein, die ihr besucht und schreibt dazu Kaffee oder Restaurants oder sowas. Guckt mal den Hashtags und dann guckt der Algorithmus schon sehr, sehr coole Sachen auf. Und TikTok hat mir SoulVintage gezeigt und es ist wirklich einer der coolsten Läden, wo ich jemals war. Die Job jedenfalls, oh, feiert diese. Melissa ist zum Beispiel für meinen Urlaub in Seoul immer mein persönlicher Local. Sie weiß, was abgeht und was nicht. Wusstet ihr eigentlich, dass es so extrem günstig ist, die Bahn zu fahren? Ey, die fahren hier wirklich alle pünktlich ab, nicht so wie in Deutschland. Das ist extrem nice. In der Bahn hält legit jeder die Schnauze, was ich absolut cool finde. Und es ist einfach alles hochmodern. Wussten Sie aber auch, dass es extrem günstig ist, zum Beispiel in Vietnam oder generell in asiatischen Ländern Taxi zu fahren. Im Gegensatz zu bei uns in Deutschland. Auch hier gilt es natürlich, sich genau zu informieren. In jeder Stadt ist das wirklich komplett unterschiedlich. In Istanbul will ich zum Beispiel gar kein Taxi fahren, weil die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass nun abgezogen wird. Deswegen dort lieber auf jeden Fall U-Bahn fahren. In Thailand will ich nur Taxi fahren, beziehungsweise U-Bahn benutzen oder so, das ist wirklich komplett unterschiedlich. Passt aber... Okay, lol. Taxi ist ja gefühlt das teuerste, was du machen kannst in Deutschland. Das ist actually das teuerste. Ich sag dir manchmal, es macht einfach in vielen Sinn einfach, wenn Deutschland, so schlimm es auch ist, einfach mehr Sinn mit dem Flugzeug irgendwo hinzureisen, als mit dem Taxi. Wenn du siehst, es ist einfach, du musst mit Uber und uns aus der Stadt bis zu mir 30 Euro blaschen. Da kriegst du in drei Reihen eher Flüge für. Wenn du wirklich oft vor Scamern kannst du schon sehr oft mitbekommen, dass gerade Taxifahrer eine übers Ohr online und längere Strecken mit Absicht fahren, damit sie mehr Geld bekommen. Ich sag dir, ob der Taxometer benutzen kann. Ansonsten würde ich immer auf Apps wie Freenow oder Uber oder Grab zugreifen, weil in diesen Apps genau von Anfang an steht, wie viel die Fahrt kosten wird. Das war es an der Stelle mit dem Travel Hack Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war mal was anderes. Abonniert den Kanal, wir wollen dieses Jahr noch die Album. Sehr geil. Ich finde, ich finde so andere Videos auch mal ganz geil. Wie viele Abos hat der? 356k. Ja, ey, ich sag dir ehrlich, ich sehe gute, ich sehe positive Vibes, dass er die 500k knackt. Ich würde es ihm sehr, sehr gönnen.